Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Bad Wars Leute und heute werden wir eine sehr coole Sache machen und zwar werden wir heute das Elektra-Kit in Solos ausprobieren und ich würde sagen wir starten direkt und let's go! Okay Leute wir sind im Match und direkt sagt einer OMG Level 46 was wir hier sind, deswegen würde ich erstmal sagen hier 7, 8, zack haben wir erstmal Iron, oh nein das ist ein Lian, Lians sind ganz gefährlich, aber er hat mich nicht erwischt was sehr gut ist, ja danke ich hole dein Bett, falls du mir... Ja und du hast mir probiert hinterher zu rennen, hast es aber nicht geschafft und ich baue mich direkt hoch Zack du bist wieder im Void drin, dann dash ich hier kurz hoch und er hat schon verlassen Okay dann hole ich mir kurz Armor und dann würde ich sagen gehen wir wieder zur Base zurück Okay Ja okay hier im Chat wäre gesagt easy what easy goofy tryhard easy easy okay Ja also gibt es hier ein paar Leute Die easy sagen Wenn sie dich besiegen Ja okay mal gucken Ob ich die besiegen werde oder mich Besiegen werden Okay also pink ist jetzt schon mal raus der gerade easy gesagt hat Okay also dann würde ich aber mal sagen stört uns das nicht länger und wir gehen direkt direkt hier zu seiner Base zu der Base von Orange und holen sein Bett Okay so erstmal haben wir so eine Plating natürlich geholt Okay wir haben 90 93 Iron in der Chest Dann würde ich sagen mache ich hier gleich mal Third Party Okay komm her komm her komm her und du bist erstmal tot Und du bist erstmal tot Dann hole ich dein Iron Hol mir davon Iron Armor Und jetzt bist du erstmal tot Äh dann gehe ich zu Orange Nee Orange hat verlassen Okay Auch Blau hat verlassen Auch Blue hat verlassen Keine Ahnung warum Alle plötzlich verlassen Aber Ja Hat verlassen Verlassen Okay Auf jeden Fall würde ich dann erstmal sagen Gehen wir als nächstes zu Purple Was schon das letztes Team übrig ist Okay Ja hier ähm Jo warum verlässt jeder Der Typ ist raus Was ist das Hä Das ergibt keinen Sinn Was ist mit diesem Server los Jeder verlässt Sag nicht der verlässt jetzt auch noch Ja okay Okay nee der verlässt anscheinend nicht Weil er also noch nicht Ja er teleportiert sich nur zur Base Aber es bringt ihm jetzt auch nicht viel Weil er gekombot wird Und jetzt erstmal seine Plating geholt wird Dann baut Baue ich mich hoch Er wird nochmal ultra gekombot Dann Warte ich hier kurz Und mal gucken Oh die Kombos die ganze Zeit Oh so eine saftige Kombos schon wieder Dann hole ich sein Bett Und Oh fast hat er mich Aber GG's Und jetzt Vielen Dank.